Sport bedeutet mir einfach alles. Es ist meine große Leidenschaft. Ich spiele seit ich sieben bin. Das Ziel von unserer gemeinsamen Reise ist ganz klar die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Wir trainieren 14 bis 15 Mal die Woche, das heißt täglich mehrmals. Ich schätze sie einfach als Mensch und aber auch als Volleyballpartnerin sehr. Wir verstehen uns einfach extrem gut, kennen uns in- und auswendig und ich kann mit ihr über alles reden. An der Lena schätze ich, dass ich ihr auf jeden Fall in jeder Hinsicht vertrauen kann und wir sind seit Jahren beste Freundinnen. Musik 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 Musik